Wenn Sie die VMware Workstation auf Ihrem Windows-PC installieren möchten oder Sie vielleicht auch zunächst einmal nur ausprobieren möchten, so können Sie die Installationsdatei dazu direkt von der Webseite von VMware herunterladen. Die habe ich hier schon mal aufgerufen und Sie finden auf der Startseite sofort den Punkt Software herunterladen. Danach werden Sie leider, und das ist bei VMware fast überall so, dann auf die englischsprachigen Seiten in den USA umgeleitet. Nur die Startseiten sind entsprechend in deutscher Sprache gehalten. Wir scrollen auf dieser Seite etwas weiter nach unten und finden dann unter dem Punkt Desktop & End-User Computing schließlich auch die VMware Workstation. Mit einem Klick auf Download Product kommen Sie hier auf eine Seite speziell für den Download der VMware Workstation und können hier auch noch ältere Versionen der VMware Workstation auswählen. Auf der rechten Seite finden Sie hier den Aufruf Get Free Trial und das werden wir jetzt zunächst einmal machen, indem wir die kostenlose Testversion der VMware Workstation herunterladen. Diese Testversion ist in keinster Weise bei den Funktionen eingeschränkt, sondern kann nur 30 Tage verwendet werden, aber Sie können in diesen 30 Tagen die Workstation vollumfänglich testen. Wir möchten in diesem Fall die Workstation für Windows herunterladen und Sie sehen, mein Internet Explorer bietet mir an, diese Datei zu speichern. Sie wird heruntergeladen, das geht relativ schnell, je nach Abhängigkeit Ihrer Internetverbindung. So, nachdem wir nun die Workstation heruntergeladen haben, finden Sie auf Ihrem PC eine ausführbare Datei für die VMware Workstation. Diese starten wir mit einem Doppelklick. Natürlich möchte diese Softwareveränderung an Ihrem Computer vornehmen, die Sie zulassen. Und schon beginnt die Installation. Wie schon vorher gesagt, fast alles bei VMware ist leider in englischer Sprache gehalten. Auch die VMware Workstation bekommen Sie nur in englischer und japanischer Sprache. Eine deutsche Version steht leider nicht zur Verfügung. Die Lizenzbestimmung akzeptieren. Und dann haben Sie, wie so oft bei der Software, die Auswahl zwischen einer typischen Installation und einer Custom, also einer, die Sie selbst noch beeinflussen können. Ich wähle in diesem Fall mal die Custom. Und Sie sehen, es wären die Core-Komponents, also die Kernkomponenten der Software installiert, das Interface für die Programmierung. Und was Sie in diesem Fall auf jeden Fall auswählen sollten, ist die Enhanced Keyboard Utility, denn damit bekommen Sie die Unterstützung für internationale Tastaturen. Das Visual Studio Plugin brauchen Sie wirklich nur, wenn Sie Softwareentwicklung mit der VMware Workstation betreiben wollen. Hier können Sie noch festlegen, wo Ihre VMs, und zwar die geteilten VMs, also virtuellen Maschinen, abgespeiert werden sollen. Das braucht Sie jetzt aber nicht zu kümmern, denn das können Sie später in der VMware Workstation auch noch ändern. Auch den HTTPS-Port, also den gesicherten Port an Ihrer Firewall, den die VMware Workstation braucht, wenn sie mit anderen VMware-Installationen kommunizieren möchte, brauchen Sie zunächst nicht verändern, denn auch diese Einstellung können Sie später in der Workstation selbst verändern. Dann können Sie wählen, ob die Workstation bei jedem Start nachschauen soll, ob es neue Versionen gibt. Auch das ist durchaus sinnvoll. Und Sie können festlegen, ob Sie wollen, dass Systemdaten anonym von Ihrer Installation an VMware gesendet werden. Das wollen wir in diesem Fall mal nicht. Schließlich können Sie noch festlegen, ob sowohl auf dem Desktop als auch im Startmenü ein entsprechendes Icon angelegt werden soll. Und dann schließlich beginnt die eigentliche Installation der VMware Workstation, die auf einem modernen Core i7-Rechner doch relativ schnell vonstatten geht. Sie haben jetzt kurz ein Fenster aufblitzen sehen. Die VMware Workstation muss, damit sie richtig funktioniert. Gewisse Netzwerktreiber im System installieren. Und das war genau dieses Fenster, was Sie kurz haben aufblitzen sehen. So, an dieser Stelle, nach der Installation verlangt die VMware Workstation eine Lizenz-Key. Aber hier sehen Sie schon, es ist optional. Wir überspringen diese Eingabe einfach mit Skip. Und damit ist die Installation fertig. Ich denke, dieses Video hat sehr schön gezeigt, wie einfach es ist, die Testversion der VMware Workstation, beziehungsweise natürlich auch die endgültige Version, von der Webseite von VMware herunterzuziehen und auf dem eigenen Windows-Rechner zu installieren. Und damit ist die Frage 1, für deinen Zusammenfrier. Untertitelung des ZDF, 2020